So, geht's los! Get lost! Get lost! Ich hab nur auf die Züge gebissen, deswegen guckt meine Züge weg. Lappen! Herzlich willkommen zu Get Lost! Get lost! Das erinnert mich in dem Film wieder Hardcore. Alter, diese komischen Kackviecher von Swain, die Menschen auf den Sack. Die Krähen? Also Eulen in dem Fall. Warum? Denkt ihr einfach das Harry Potter? Und das sind die Eulen... Eulen schreibt mein O-W-L, oder? Auf Englisch? O-L, ja. Du wirst angeguckt. Vielleicht hätte ich zweimal mich anzugreifen, das passt. Das war ein bisschen... komisch, dass er... Der auch noch. Egal. Ich geh nicht bei es, ich mach das so. Genügend Zeit hättest du ja gehabt. Ja, nö, lauf faul. Habs immer rückgeweiß, oder? Ja, ich starte da. Habt ihr gut erkannt, meine Damen? Genügend Zeit. Ich bin halt Level 1, Mann. Ich bin halt Level 1, Mann. Das die Leute sich nicht einfach verpissen können, wenn man nicht beim Buff anfängt. Ich bin halt. Holy shit. Ich bin halt. Ich bin halt. Ich bin halt. Ich bin halt hinter. Ich bin halt. Ich bin halt. Das war's. Läufig ist aus. Ja, ich schaff's mir doch weg Alter, solche behinderten I can feel your breath, I can feel my head, I want to know you, I want to see, I want to say, Lord. I want to say, Lord. Hättest du auf Mondo gehen müssen? Nee, ich wollte den Nasus keinen halten Ja, nee, aber auf Mondo hättest du dich gegen gehirrt Ich hab ja beide getroffen Nee Aber das ist zu wenig im Tor, bitte Bei mir saß da nichts raus, dass du mit deinem Target-Dings getroffen hast Ja, Nasus hast du drauf auf Mondo, glaub ich, ne? Doch, doch Aber der Heli ist am Anfang nicht zu stark Warum, natürlich, wenn wir verkaufen Das ist doch krass Es geht nicht darum, was wir besitzen Es geht darum, was wir von uns werfen können Ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020